Guten Tag, mein Name ist Alexandra Hestrup vom Lektora Verlag. Heute am 27. Juni 2024 haben wir wieder spannende Interviewpartner für unsere Zuschauer und Zuhörer, die uns ihre innovativen Produkte und Lösungen der diesjährigen Messe Nordbau etwas näher bringen. Ich freue mich, Herrn Christian Vöter bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag und ja, schönen guten Tag in der Runde. Herr Vöter ist der Niederlassungsleiter von Budarus Deutschland und erzählt uns heute was zu der Innovation aus dem Bereich Wärmepumpen, der Logarterm WLW 186 IAR. Herr Vöter, können Sie uns zum Anfang erläutern, für welchen Kundenkreise die Logarterm WLW 186 IAR besonders geeignet ist? Ja, also letztendlich ist das eine Wärmepumpe der modernsten Bauart und der Einsatzzweck für diese Wärmepumpe ist vornehmlich das Ein- und Zweifamilienhaus und auch im kleinen Mehrfamilienhaus kann man die Pumpe einsetzen. Und das so, und das zeichnet sich eigentlich aus, sowohl im Neubau, wie aber auch in der Sinierung, in der Renovation. Sie haben ein- und mehrfamilienhäuser erwähnt. Welche Wartung und Pflege können diese Kundenkreise erwarten? Was erfordert das Produkt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten? Also wie jeder Wärmeerzeuger sollte natürlich auch diese Wärmepumpe einmal im Jahr von der Fachfirma gewartet und in Augenschein genommen werden. Die Wartungskosten und die Aufwendungen, die für eine Wartung erforderlich sind, sind bei Wärmepumpen in der Regel sehr gering. Das heißt also, der Wartungsaufwand ist überschaubar und somit auch letztendlich die Kosten, die dadurch entstehen. Vielen Dank. Zusätzlich zu Wartung und Pflege ist heutzutage auch die Umweltfremdlichkeit des Produkts ein wichtiger Aspekt. Daher stellt sich auch die Frage, wie unterstützt Ihr Produkt die Nutzung erneuerbarer Energien und welche Auswirkungen hat es auf die Heizkosten? Also letztendlich, die Wärmepumpe ist natürlich gezeichnet durch eine hohe Effizienz. Das heißt, sie ist in der Lage, mit relativ wenig Energie, in dem Fall Strom, viel Wärme zu produzieren. Und die Effizienz ist eigentlich das Hauptkriterium für den Einsatz einer Wärmepumpe und ist somit also auch ein aktiver Beitrag, die Umwelt zu schonen. Bezüglich der Kosten ist es natürlich so, dass man, je nachdem, wie man so eine Wärmepumpe einsetzt, das auch so ein bisschen natürlich selber in der Hand hat. Und natürlich ist auch der Bezugspreis für den Strom eine große Kenngröße, wie denn dann die Kosten sich entwickeln. Aber unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass die Wärmepumpentechnik in Summe und natürlich auch erst bei der bezeichneten Wärmepumpe aus unserem Hause die Effizienz des Maß aller Dinge ist. Das klingt sehr interessant. Vielen Dank. Abschließend würden unsere Zuhörer bestimmt noch gerne etwas mehr über die technischen Besonderheiten erfahren. Welche innovativen Technologien zeichnet die Logarterm WLW 186 IAR aus? Und wie unterscheidet sie sich von den klassischen Heizlösungen auf dem Markt? Gut, jetzt muss ich natürlich ausholen. Das kann noch zwei, drei Stunden dauern. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das, denke ich, mal gut hin. Also letztendlich ist es eine sehr moderne Wärmepumpe, die sich zum einen durch das Design auszeichnet. Also sie ist auf der einen Seite sehr ansehnlich, auf der anderen Seite aber eine geringe Bauhöhe, dass sie also auch unter Fensterbänke zum Beispiel platziert werden kann. Neben dem, neben dem Design und der Optik ist natürlich die Technik das Entscheidende. Sie hat einen relativ hohen Wirkungsgrad, ist ein sogenannter COP-Wert, nennt man das. Also eine sehr effiziente Wärmepumpe. Und eigentlich das, was sie also absolut auszeichnet, ist einfach die geringe Lautstärke. Es ist also eine ganz leise Wärmepumpe. Und wenn wir beide uns das vorstellen würden, würden sie also kaum hören, wenn sie in Betrieb ist. Und das ist sicherlich etwas, was gerade im Ein- und Zweifamilienhaus absolut von Bedeutung sein wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich der Einsatz von natürlichem Kältemittel. Das ist im Moment ein ganz großes Thema bei uns in der Branche. Und Wärmepumpe werden sukzessive umgestellt. Und diese Wärmepumpe verfügt schon über ein natürliches Kältemittel, was auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass es also letztlich für die Umwelt wirklich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und was man sicherlich als letzten Punkt noch hier nennen darf, ist, dass diese Wärmepumpe relativ hohe Vorlauftemperaturen realisieren kann. Das ist für die Heizungstechnik entscheidend, weil man dadurch auch den Einsatz in älteren Gebäuden umsetzen kann. Und letztendlich für die Trinkwasserwärmung, auch für alte Heizsysteme, ist somit dieses System einsetzbar. Vielen Dank, Herr Felger. Das hört sich vielversprechend an. Somit wäre unser Interview auch schon beendet. Vielen Dank für Ihre Zeit heute und für die wertvollen Einblicke. Ich bin mir sicher, dass das Interesse bei unseren Zuschauern auch geweckt worden ist und sie sich euren Stand auch live auf dem Nordbau sicherlich anschauen werden. Bitte gerne. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020